Ein weiterer Traum. Das kann kein Zufall sein. Ja. Ja. Was? Ich habe sie so lange nicht gehört. Entweder Caretaker zuckt gerade zusammen oder sie hat sich einen Scherz erlaubt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir Turmglocken haben. Interessant. Moment, das nehme ich eben mal mit. Zack. Ah, ich gehe erstmal bei Superlink wieder rein. Da wollten schon irgendwelche Leute. Was von mir? Robby. Sind alle wieder in der Stimmung für Werkunterricht. Du, ich kann das für den nächsten Freienabend einplanen. Oh ja, können wir gerne mal machen. Also, nichts Neues bei denen. Cool. Gehen wir mal wieder unsere Runde. Oh. Hey, Hunter. Hast du eine Minute zum Reden? Was beschäftigt dich, Robby? Angst. Nervosität. Zweifel. Du weißt schon, so ein paar gute Gedanken und Gefühle, was mit diesem Team passiert. Warum das? Wanda ist fort. Und alle Anrufe an Banner gehen direkt an die Voicemail. Alle sind deswegen aufgekratzt. Und das kratzt mich auf. Weißt du? Was positiv zu denken. Ich mach mir auch Sorgen. Müssen auch da gut sein. Ich bin auch aufgekratzt. Du? Aufgekratzt? Du wirkst so... Ruhig und gefasst? Du hast cool vergessen. Ich kann nicht anders als zu denken, die Avengers sind so damit beschäftigt, Banner zu erreichen. Hier würde garantiert niemand merken, wenn ich abhaue und zu Hydra gehe. Oder einfach verschwinde. Ja, ich würde das merken, wenn ich keine Werkstatt habe. Das war nicht vor zu verschwinden, oder? Hm. Robby, das würde jeder merken. Ich auch. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich schon. Würdest du verschwinden, würde ich Tag und Nacht nach dir suchen. Ah ja. Du bist eben ziemlich entschlossen. Ich versuche es. Ah, na ja. Ich suche mal Peter. Vielleicht will er abhängen. Ich muss mich sowieso ablenken. Das ist eine gute Idee. Wir sehen uns. Wehe, ihr haut beide gemeinsam ab. Hilfe! Was ist heute mit dir los, ey? Sollte da draußen sein, ich kann helfen. Ich hätte deine Bitte. Nimmst du diese Anfrage an, erhältst du einen Kampfbonus für Robby Reyes für die nächste Mission. Ja, komm mal mit. Danke, Hunter. Okay. Können wir gerne mal machen. So, ein Stoisch-Abgleiter. Da kommt, wir haben genug Geloss. So, machen wir mal das nächste Sparing. Nehmen wir doch direkt mattig. Zack. Oh, Fähigkeiten verbessern. Forschungsprojekte in der Schmiede stellen auf spezifische Bedingungen an verschiedene Helden. Wenn du hohe Fähigkeiten zum Verbessern ausmählst, in Ferberationen im War Room aussuchst oder an der Spiegeltafel entscheidest, welche Mission du annehmen möchtest, dann verwende L3, um ausstehende Forschungsprojekte in die Bedingungen einzusehen. Aha. Okay. Gut. Und für den Rest fehlt uns noch Zeug. Okay. Okay. Neue Fähigkeiten. Das sollte dir definitiv einen Vorteil verschaffen. Unerbitterlich. Jetzt hier wurde in diesem Zug getroffen, plus elf Schaden. Okay. Letzter Blick erhalte bei K.O. verbergen. Oh, das ist auch cool. Prozieren. Lebensraum. Also, das will ich definitiv haben. Ah. Ah, da war noch Silberflug. Kann man das eventuell verbessern. Schmiedeverbesserung. Heldenfähigkeiten können aus Blaupausen hergestellt werden. Blaupausen können durch Austauschen von Blaupausen hergestellt oder verwertet werden. Okay. Mach einfach mal. Eine starke Aura umringt uns. Fähigkeitsherstellung ist nun verfügbar. Sammler Blaupausen dringend sehen die Schmiede, um zusätzliche Kopien der Heldenfähigkeitskarten herzustellen, die dann von Helden ausgerüstet oder für Verbesserungen verwendet werden können. Oh je. Wird einmal mehr hier? Hast du ein paar Blaupausen für uns? Dr. Strange und Tony Stark können gemeinsam zusätzlich Kopien von Breitseiten und Heldenfähigkeiten herstellen. Ich schlage das Ding mit dem großen Hammer und du verwandelst es in etwas Nützliches. Das ist also alles, was ich hier von dir erwarten kann? Keine Materialanalyse? Keine taktischen Prognosen? Nichts? Nee, ich will heute zupacken. Ich werde einfach drauf loshämmern und sehen, wie es läuft. Aber mach du dein Ding. Ja. Ich glaube, das lassen wir erstmal so Blaupausen austauschen. Ja. Lassen wir auch erstmal. Immer ein Vergnügen. So. Was haben wir? Sparing haben wir. Da war noch der Hof. Wo haben wir irgendwas Neues? Da war ich doch gerade eben erst. Achso, ja stimmt, wir haben ja die neuen Sachen. Genau. Yes, verbessern. Nice. Und Level 3. Cool. Stöße verursacht im Kampf erhöhten Schaden. Cool. Sehr schön. So, meine Karte leuchtet. Okay, Carol will irgendwas von mir. Im Gemeinschaftsraum ist Nico. Okay. Was ist los? Schon wieder Hilfe. Hey, ich hätte da eine Bitte. Hunter, ich habe mich gefragt. Ich weiß, dass du keine einfache Kindheit hattest, Lilith. Das Salzband, deine Kräfte. Wie kommt ein Kind mit all dem klar? Kajita hat mich ziemlich gefordert, dafür bin ich ihr zu Dank verpflichtet. Mir ist jetzt klar, wie sehr sie mir geholfen hat zu wachsen. Agatha sah das Kind in mir. Sie hat mir heimlich Süßigkeiten zugesteckt und mit mir gespielt. Sie sorgte dafür, dass ich einfach ein Kind sein konnte. Widerstandskraft, Töpferkeit erhöht den Prozentsatz in maximaler Gesundheit, der zu Beginn jeder Mission als Blocken gewährt wird. Das ist nicht schlecht. Ich habe die Chance, negative Statuseffekte zu widerstehen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das Dunkle. Können wir irgendwie besser. Von den Zahlen, die wir kriegen. Ziel hat Betäubung plus 120 Schaden. Knackenlos. Geil. Lassen wir mal kurz reingucken. Deck bearbeiten. Gott, wir haben so viele Sachen. Stimmt, wir können die auch verwerten, wenn wir sie nicht wollen. Ah je, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich die halt austauschen soll. Das hier würde ich definitiv, glaube ich, verwerten. Das glaube ich sowieso nicht nehmen. Gnadenlos klingt ganz geil. Pauschen wir dort mal aus. Die nächste ausgespielte Körde wird nicht abgelegt. Verschöpfen. Dann kann doch mal 30 blocken. Hier, letzter Blick. Der Blick hätte ich eigentlich auch gerne. Vielleicht Schattenpeitsche weg. Wo ich Schattenpeitsche gerne benutze. Oder mehrere Leute kriegen in einem Radius. Boah, schwierig. Ich will mehr Platz hier haben in meinem Deck. Dann tauschen wir mal schneller Schnitt vielleicht aus. Hier. So. Carol hat noch irgendwas. Hm, Photonenstrahl. War das nicht schon? Ja, eigentlich schon. Okay. Superlink. Hier ist nix nice. Okay, cool. So. Wer wollte noch irgendwas von mir? Ich glaube sie hier hinten. Hast du vielleicht eine Minute, Hunter? Ich will mit dir reden. Sag mir, du hast was Gutes gefunden. Hm. Knie von Morok. Okay. Nehmen wir mal das hier. Episch. Hm. Hier schicken wir mal sie. Oh mein Gott. Gut. Auch. Ne, mehrere können wir nicht machen, ne? Für das Starten von Hellmissions sind Informationen erforderlich. Informationen erforderlich sind, indem du Captain Marvel einen Infospeicher zum Entschlüsselung hast. Ja, okay. Gut, dann müssen wir noch warten. Alles gut bei der Analyse der Gamma-Kugel? Ja, ja. Aber bei mir nicht. Ach. Ich war so kurz davor, Faustus dazu zu bringen, sein Herz auszuschütten. Und dann, puff, verwandelt Crossbones ihn mit seiner magischen Kugel in Asche. Wir haben auch so schon genug Mühe, mit Hydra mitzuhalten. Wir hätten diese Infos brauchen können. Faustus hätte nie geredet. Wir wären trotzdem siegen. Crossbones hat ihm ein Geschenk gemacht. Ja. Wir gewinnen auch ohne die Hydra-Geheimnisse, die Faustus in seinem Kopf hatte. Wir haben ja jetzt auch keine andere Wahl mehr, oder? Ne. Gott. Ich hätte dieses Schwein so gerne verhört. Ich hatte so lange darauf gewartet, mal mit ihm allein zu sein, um ihm den Schädel einzuschlagen. Apropos Hydra-Schädel einschlagen. Caretaker wartet bestimmt an der Tafel mit einer neuen Mission auf dich. Sag Bescheid, wenn ich dir bei ihrem Auftrag helfen soll. Würde mir guttun, ein paar Dämonen zu verprügeln. Ein bisschen die aufgestaute Aggression rauslassen, die ich für Faustus aufgespart hatte. Ich gebe dir Bescheid, Captain. Carol. Nenn mich Carol. Okay. Dich können wir auch gerne mitnehmen. Wer erinnerst du dich an die Glocken? Als du kleiner warst, bekam mich dich kaum aus dem Turm heraus. Ah, stimmt. Dafür fehlen uns die Sachen. Ich kenne wir, glaube ich, schon. So. Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir auch mit. Du musst noch dabei sein. Ach, ja, stimmt. Den können wir gerne mitnehmen. Oh, Schreider. Ah, scheiße. Magic ist nicht verfügbar. Entweder machen wir was schwierig. Oder einen besseren gibt es nicht. Das ist wahrscheinlich die Hauptmission, oder? Aber da können wir... Wo ist er denn? Hier. Du kommst mit. Hier war noch mit. Spidee, du solltest dich vorher vielleicht umziehen. Oh, was ist mit deinem Geheimnis? Okay, geht doch. Als ob die Menschen von New York nicht genug Probleme hätten, kommen vereinzelt Berichte von Hydra-Aktivitäten aus allen fünf Bezirken rein. Wir machen uns zuerst zur höchsten Konzentration auf und sehen dann weiter. Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Keine Panik. Du hast einen Sekundärwert deiner Helden erhöht. Der Sekundärwert Tapferkeit gewährt deinen Helden bei Beginn jeder Mission belocken. Was ist nice. Ich würde schon wieder auf ihn gehen, ey. Oh ja. Ist aber schön. Schockschild. Cool. Hellride 69 Schaden. Jetzt geht's los. Äh, für irgendein Geheimnis gegen eine Linie Schaden zu. Spidee, du bist ein bisschen im Weg gerade. Vielleicht, wenn wir uns hier damit hinstellen. Warte mal. Hm. Hier so. Zeig mal rein, schicken Auto. Bäm. Sehr schön. Oh. Du hast keine Karten mehr. Sonst sollte ich mir vielleicht mal vorher durchlesen. Ah, guck mal, den könnten wir auch noch treffen. Nice. Können wir noch nachziehen? Nee, ne? Geht nicht. Ohne Karten. Na gut. Wir beenden mal. Wir werden nicht scheitern. So, letzter Blick. Er würde bei K.O. verbergen. 30. Naja, aber alle mehr, ne? Hm. Vielleicht kommen wir dann auf 30 runter. Cool. 27, nice. So, hier rauf. 250 Schaden. Nice. Geil. Ich bin beeindruckt. Achso, wir haben keinen Heldenhut mehr. Hm. Können wir vielleicht irgendwas? Nee. Spinnenwahnsinn. Ja, da können wir auch nicht viel machen gerade. Ja. 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 Kettenschlag. Ich würde gerne auf den da gehen. Los geht's! Bam. Das hat doch noch ein scheiß Schild. Penner. Und weiter geht's! So, da ist gefesselt. Ich hab's mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Hm. Probier mal, ob das passt! Au! Eins haben wir noch. Wenn wir uns hier so hinstellen, das wäre super. Und dann auf ihn. Bam! Zack. Geil. Na, ich hoffe, die gehen nicht so sehr auf Ghostschrader. Wir können ihn überhaupt nicht heilen. Beziehungsweise, ja, doch, könnten wir schon, aber... Ah, 36 überlebt hat er? Ich will taufen. Ansonsten können wir unseren Gegenständen... Was haben wir denn dabei? Heilsalber. Ja. Vielleicht ist es das, was du brauchst! Machen wir mal sicherheitssalber. Das ist sicherheitssalber. Die Siebel fehlt! Was? Toll, ich zeige noch Heilen übrig. Seelen entziehen. Oder kraftvolles Umwerfen war vielleicht nicht schlecht. Gehen wir mal auf jeden Fall. Über einen Eingreifer für sie weniger. Der wird down, 161, gehen wir mal auf den, dann können wir wieder mehrere machen, nice. Cool, sehr schön. Und er kriegt nichts im Leben dazu. So, ah schon, da können wir ja nichts machen. Let's go. Die Position gefährdet. Verschwinde es nicht. Okay. Hölle, die Schwung. Deine Chance gegen eine 2 Runde K.O. zu schlagen. So, machen wir nochmal Seelen entziehen, wa? Das gefällt mir. Noch einen? Nee, ne? Es ist Zeit. Okay, das war der Hammer. So, genau. Höhlen schlug da noch schon ein. Oh, ja. Kettenschlag. Let's go, Spidey. Dich hole ich mir. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Was ist unser Plan, P? Oh nein, jetzt ist er auch noch verletzt. Und unsere Arbeit schreitet voran. Dann heil dich mal. Na ja, immerhin etwas. Hat das überhaupt Schaden gemacht? Hm. Ah, shit. So, zu weit weg. Ach, das können wir nehmen. Nice. Na ne, warte. Bring das nicht mal mit. So, wir haben noch ne Aktion. Ob das reicht? Wollen wir mal, wenn wir ihn... Ah ne, wir brauchen wieder einen Helden-Mode. Hm. Ich stelle sie trotzdem mal rein. Ich kann dir nicht viel ausrichten. Du kannst mich so nicht aufhalten. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Prima, los geht's! So, erstmal einspinnen. Ich geh voll rein! Wenigstens kannst du an aufregende neue Orte reisen, bevor du verprügelt wirst. Und Kettenschlag. Cool. Reißschnelltritt auch. Bereits getroffen. 26 Schaden. 32, dann war dort hier. Ach so. Ach, das geht wieder nicht. Okay. Und dort hier. Der hier ist für Dirk! Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Warum tauchen für jeden Ort, den wir einnehmen, scheinbar noch zwei neue an ihrer Stelle auf? Nur Geduld. Hydra werden ihrem Namen ganz sicher gerecht. Ich hab mal ne echte Hydra gejagt. Das war einfach als das. Einfach als das. Ich werde meinem Namen auch gerecht. Zappar Zahn oder Ratt? Crossbones hat gutes Geld auf deinen Kopf ausgesetzt. Du Ficht. Wie blöd, dass er nicht gesagt hat, dass der Kopf auch dran bleiben soll. Naja, zu blöd für dich. Große Worte. Oh, Wolverine. Toten. Er ist zu fast in seinem Job. Mit einer Sache hast du heute recht, Sabertooth. Es werden definitiv Köpfe rollen. Sieh mal einer an. Noch ein räudiger Streuner. Du riechst falsch. Verglichen mit ihm? Guter Punkt. Jetzt töte ich doch echt zwei Wichte mit einer Kralle. Vielleicht sollte ich Hydra bezahlen. Besiege Sabertzahn, um die Mission abzuschließen. So, okay, machen wir mal. Schneller. Schneller. Ja. Du bist taub, Creed. Sie stottert nicht. Ja. Nice. Level auf Stehen. Cool. Kraftvolles. Mach mal den. Du hattest deine Chance zu entkommen. Du hattest deine Chance zu entkommen. Du hattest deine Chance zu entkommen. на. So, schneller Heep haben wir noch. Ah. 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 Ne, geh mal auf den. So, jetzt haben wir ihn auch noch provoziert. Glückwunsch. 20 Schaden macht das. Das macht 30. Okay, hören wir uns... ...hier hinstellen. Wollt aber auf die Anoknozone. Denn, ist ja schön. Gott möchte ich nicht herausfinden. Letzter Blick. Leider bei K.O. verbergen. Hier können wir definitiv K.O. schlagen. Oh, Berserker hat es hier. Zwei Karten. Oh nein, nicht schon wieder. Komm mal auf mit deiner Raserei. Keine Liebe. Ist auch scheiße, wenn dann alle auf ihn gehen. Ausweiden. 50. Oh, das geht sogar über mehrere. Ah, nice. Uh, geil. Das ist ja mega cool. Nice, direkt zwei K.O. Geil. Oh, der war gut. Hat er mir gefallen. Multi-K.O. Wir sind auch gleich K.O. Wir sind auch gleich K.O. Einen Helden-Dings haben wir noch. Ich brauche nochmal zwei. Und das Ding ist schon kaputt. Ich brauche mal auch zwei. Ja, ich glaube... Ich kann glaube ich nichts mehr machen. Hm. Du kannst die Zauberer und Hext behalten. Ich bleibe bei dem, was ich kenne. Zähne und Klauen. Du hattest eine Chance. Da hat wohl jemand Hilfe gerufen. Also ist er eine Art... Auch interessant, dass das Ding im Weg ist und ich zu dem gar nicht mehr hinkomme. Interessantes Detail. Das hast du dir verdient. Du denkst, das schmerzt? Das schmerzt du, dem können wir nicht mehr hin. Schön, der ist wieder K.O. Und wir haben ihn provoziert. Yay. Aua. Hm. Ja. Du kriegst gleich eine Heilung von mir. 64 und 80. So. Direkt genommen entfernt. Das ist schön. Und... Wir könnten uns... Gehen wir auf ihn. Das Ding noch irgendwie auf ihn draufwerfen. So. Sollte klappen. Okay, interessant. Ah. Okay. Nicht, was ich geplant habe, aber geil. So. Ja, ich glaub mehr. Da braucht auch zwei. Kann man nicht machen. So. So wie Leute über dich reden, dachte ich. Dein Anblick allein bringt uns um. So viel dazu. Ah, nochmal Verstärkung. 34. 51. Ja, let's go. So. Das soll mich aufhalten. Da muss dir was besseres anfangen. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Aber er ist ja geheilt. Dazu sollte er noch okay sein. Ist er noch bei 80? Das ist okay. Schneller. Wie viel hat er eigentlich noch? Einen. Ja, okay, komm. Komm. Bist du nicht tot? Da ist immer noch ein. Kannst du mich verarschen? Am Boden. Nice. Aber er ist immer noch nicht tot. Ne? Sat in der Nähe? Ne, leider nicht. Ja, da können wir gerade auch nix machen. Ja, ja, die Verstärkung. Haben wir noch nicht genug. Naja, stimmt. Die heilen sich ja immer. Wolverine mag wortkark sein. Aber wenigstens ist er kein eiskalter Mörder. Hm. Wir klären das später. Ja, direkt beide weg. Kein Bock auf Verstärkung. Zack. Nice. Oh, oh. Guck mal auf ihn, ey. Na, ich kann nur noch heilen. Wurde, glaube ich, noch abwarten, glaube ich. Warte mal. Du bist hier gerade so nah dran. Zählt das? Ja, okay, ne? Immerhin doch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Geh mal ein bisschen außer Reichweite. Na, treffen wir dann mich wahrscheinlich sowieso. Sie sollten mich Hunter nennen. Ich nehme es jederzeit mit dir auf. Ey, noch mehr Verstärkung. Oh. Ausweiden. Komm. Zack. Zack. Nein, geht leider nicht. Let's go. Oh, ich liebe es ein Ausweiden. Das ist mega geil. Und Leben kriegt er auch noch dazu. Kann ja eigentlich nicht besser laufen. Außer, dass er gleich wieder auf die Fresse kriegt. Naja, sieben. Okay, damit können wir leben. So. Wie viel hast du jetzt noch? 116. Hm. Ah. Wollen wir mal sehen. Okay, kommt noch ein Helden-Dings. Machen wir mal weiter. Helden wie dich. Ess ich zum Frühstück. Ich hab noch ein paar Lakaien auf dem Weg. Der hier hat den Gestand des Todes an sich. Und die Vergangenheit gefüllt mit dem Leid unschuldiger Opfer. Ich werde dich bluten lassen. Sieben. Das hast du aber auch schon mal besser gemacht, du. Heilen. Ja, wir könnten uns vielleicht mal heilen, aber... Naja. Es geht nur. Niemand bringt mich zum Bluten. Ach, schade. Nicht genug Helden-Mut. Na gut, dann heilen wir uns mal. Ich weiß nicht, ob wir da durch Helden-Mut gerade zurückkriegen. Aber ich glaube, wir haben keine Aktion mehr. Ja. Danke. Das stimmt nicht. Nein, wir haben keine Aktion mehr. Hm. Dem können wir auch nichts mehr machen. Warte, wenn wir... Ich weiß noch nicht, wie wir uns hinstellen müssen. Auf die Laterne. Ah. Am besten so. Zack. Nice. 22 hat er noch. Ich hatte auf eine Herausforderung gehofft. Ich hätte es besser wissen müssen. Sie bekommen gleich Unterstützung. Okay, letzter Blick. So. Sehr schön. Er ist down. Wir sind verborgen. Wir haben ihn besiegt. Wunderbar. Der Sabbat-Zahn. Du hast mich wohl erwischt. Na los. Mach es kurz. Dein Bart oder was? Was zur Hölle soll das? Du bist kein guter Hunter, oder? Du würdest gut zu Logan und Xavier Stubenreiner Menagerie passen. Jetzt halt still, Fable. Das tut jetzt weh. Raffiniert. Er hat wohl nicht erwartet, dass das Ding um deinen Hals zurückbeißt. Erholt er sich davon auch? Weiß nicht. Aber ich sorge dafür, dass das nicht tut. Ja. Freut mich auch, dich zu sehen. Kann nicht heilen. Green! Ich muss weitermachen. Nein. Oder hat sie wohl mitbekommen, wa? Mhm. Du reichst. Das ist offensichtlich nicht gut. Wunderbar. Jetzt ist sie richtig nah bei uns. Das ist toll.